So, wir sitzen in der Haussteckhose von unserer lieben Kathi, aber diesmal im Luchsmantel. Einfach mal ausprobieren. Sieht bestimmt auch toll aus. Ich mal im Luchs. Völlig toll. Ist klasse. Ist einfach toll. So, jetzt mache ich hier mal schön zu. Ich versuche das hier mal zu zu kriegen. Ne, da brauche ich ein bisschen länger zu, hier siehst du. Schöne eine Maske. Lachen wir ein wenig. Hier stehen wir noch etwas, das ist ein paar Minuten, wo wir jetzt kommen.